Hallöchen und willkommen zurück bei Super Mario 74. Wir gehen zurück in das 1. Level Dice Fortress und machen The Observation Tower. Wir machen die beiden Sterne, die uns noch fehlen. Nein, kein Stampfattack. Weitsprung, ist angesagt. Weitsprung. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, um da auch hochzukommen. So, weil hier oben ist ja die rote Kiste, die wir ja freigespielt haben. Letzte Folge waren wir ja im... Wir waren ja im Dings. Im roten Scheiterpalast. Perfekt. Außer welcher Tower? Hier hätten wir den ersten Stern. Hol ich mir den jetzt oder hol ich mir lieber den anderen? Äh, wie komme ich an den ran? Kann ich da oben irgendwie landen? Ich weiß nicht, wie ich da an die Kiste da oben ran kommen soll. Oder ist die Kiste unsichtbar? Egal, hol ich mir erst mal den hier. Da wird bestimmt irgendwas offen. Ich hätte es mir jetzt durchlesen können. Ich hätte die Zeit gehabt. Ich hätte mir im Ruhr das Schild durchlesen können. Oder ist da eine unsichtbare Kiste? Secrets of the Sky Ja, ja, ja. Unsichtbare Kiste oder vielleicht eine unsichtbare Röhre. Könnte auch sein. Was ich auch nicht glaube. Ich glaube, es ist einfach nur eine unsichtbare Kiste. So, wir müssen hier wieder rauf. Schnell rauf. Nipp. Nipp. Ja, die Dreisprung-Dinger. Funktioniert ja bei mir ein Glück verlässlicher als Weitsprünge. Wie oft zeige ich den Scheiß eigentlich? So, erstmal hier landen. Da soll ja irgendwas stehen. Ich möchte das lesen. Do you see the floating platforms over there? To get the treasure you need to start your flight from the highest point possible. The highest point possible ist da oben, oder? Da oben! Wie kommt man da hoch? Oh, oh. Schlech, schnell, schnell, schnell! Nein! Wie komme ich denn da ran? Gab es hier eine Kanone? Ja, Shy Guy. Hast du toll gemacht. High Point possible ist für mich die Kiste hier. Ja. Ja. Und das war schon. Wie-wie-was? Ja. Ja, das ist, das hier ist für mich, bisher der höchste Punkt, das hier, genau diese Kiste. Au, da habe ich so viel Schaden genommen. Egal. Mach das so. Das ist hier immer noch der highest point possible. Das ist, das ist echt scheiße. Man hätte es ruhig ein bisschen einfacher machen können. Ein bisschen wenigstens. Scheiße, jetzt muss ich wieder hoch. Kommt die hier nicht wieder hoch. Hier reichte Dings nicht aus. Das ist natürlich scheiße. Was wäre denn noch höher? Was mache ich denn da? Kamera. So, so, so. Mal. Die Kiste nicht anhauen. Drauf stehen. Ich komme da nicht bis, ich komme da nicht hin. Das ist für mich der höchste Punkt. Ich kann nicht vielleicht doch hier auf der Kante. Das kann ich tatsächlich. Das kann ich tatsächlich. Schau. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht hin. Großartig. 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 Es würde hochkommen So, wieder drehen Nein, nein, nein Nein Ach, Mann Warum ist der denn jetzt da runtergerutscht? Wie doof, dass die Kiste geöffnet wird Man hätte auch einfach nur den Stern da hinpacken können Äh, den Stern da hinpacken können Man muss ja nicht den direkt in der Box denn nochmal platzieren Muss man ja zweimal das machen Normalerweise ist es ja so gedacht Dass man dann mit einer Stampfattacke Die Kiste öffnet und dabei gleichzeitig Den Stern da einsammelt Aber das funktioniert ja nicht Hat man ja gesehen Ist einfach Ist einfach kaputt gegangen Was mach ich da? Weg mit dir So viel Zeit verloren Man möchte ja doch Möglichst viel In kurzer Zeit schaffen Ne So Wir wissen auf jeden Fall Dass wir da hoch im Prinzip müssen Ist okay Dafür brauchen wir hier die Kiste Warum fliegst du nach unten? Ach, wer hat denn die Zeit dafür? Niemand So hätte es laufen müssen Gehst du da rauf? So So, das ist der Highest Point Ich hab doch Ich hab doch gedrückt Warum tust du mir das an? Ach, Mann, Mario Ach, Mist Schaff's nicht rüber Oh, der kriegt auch noch Fallschaden Von dem bisschen Kurz niesen Aus dem Weg Ich muss da rauf Rauf da Und nochmal Das Spiel So Ein bisschen Zeit sparen Indem man einfach Einen Weitsprung rüber macht Kurz drehen Upp So Und In die Richtung fliegen Schön in die Richtung fliegen Ich hab Zeit gedrückt Alter, das gibt's nicht Rüberfliegen Rüberfliegen So Das Maul Piss dich Ah, er hält sich fest Und die Kiste ist noch zu Das ist das Problem Eigentlich Das ist jetzt eigentlich das Problem Die Kiste ist noch zu Alter Du sollst dich einfach nur drehen Oh, das gibt's doch nicht Langsam nervst Och, Mann Was machst du denn da? Was für ein Schwachsinn gerade Verpiss dich Ja, setz dich und ruhe deine Kappe auf Mach nicht so ein Kappes Nicht runter Nicht runter Ansonsten fliegst du doch gegen die Dings Nein Och Mann Sterb gleich nochmal Ja Ja Ist Brauchst du doch nicht nochmal deine Scheißanimation Abspielen Wie du deine blöde Mütze aufsetzt So ein Kappes hier Da In Ruhe drauf Landen Umdrehen Und jetzt Machst du gefährlich Diese Kackkiste erstmal auf Er hat die Kiste erwischt So Leben sammeln Ja, Shy Guy Verpiss dich Wir wissen, dass du da bist Nein Mann Ist gut, Shy Guy Verpiss dich einfach Lass mich in Ruhe Ich will doch nur diesen Scheiß-Stern haben Dass man den Scheiß zweimal machen muss Nicht An Na Willst du mich jetzt verarschen oder so Spiel Alter, bis dahin ist die Flutkappe ja wieder Ausbrennig Kurz vor Dings Gewesen wäre Wahrscheinlich Weitsprung Bitte Danke So Jetzt Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen Wird aber auch Zeit Wird es Zeit Verdammt Yippie Und jetzt dürfen wir noch mehr fliegen Weil wir nochmal in den roten Scheiterpalast müssen Yippie Ja, guck nicht so doof Doofen Goombas Und die Musik regt mich irgendwie auf Mit dem Glück habe ich hier schon die roten Winstern und alle anderen Sterne Hoffe ich Zumindest Der erste kann Der erste kann entstehen Geschwungen werden Bei zweit muss man kurz nach vorne Ne Wollen wir nicht erst Ach egal So Irgendwo Da aber Und da werde ich aus den Level geschmissen Och ne Ernsthaft Ich muss jedes Mal da hochklettern Wenn irgendwas schief läuft Oder wenn ich es schaffe Mein Ersten Der Zweiten Halt dich doch da fest Mario regt mich gerade auf in dieser Folge Aber Gefei dich Die Kamera geht mir gerade auch die Auf die Eier Halt dich doch fest Was machst du da verdammt noch mal Hab ich schon gesagt Dass mich die Musik aufregt So war mit Absicht Lakito weg mit dir Ja du mich auch Da Flieg 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 Du willst mich doch verarschen Gewaltig Flieg ich an dem scheiß Ding vorbei Na geht doch Natürlich Kann er jetzt Im Feuer Äh Lava stehen Ich weiß nicht ob es da noch einen Stern gibt You got a bonus da Yippie Wer Wer Guckt mich hier an Irgendjemand hat mich angeguckt Ich glaube da gibt es auch noch mehr Sterne Und ich bin gerade viel zu doof dafür Ich muss da noch mal reingucken Ich muss noch mal in den roten Palast Äh Scheiterpalast reingucken Muss ich noch mal Also Mario Spring brav hier hoch Spring brav hier hoch So So Ne hier Wir haben alles Wie es aussieht Hätte mir eigentlich gedacht Dass hier doch noch mehr ist Wahrscheinlich so Außer irgendwo ist noch In der Luft Ein Stern Die ich natürlich nicht sehe Oh oh Bisschen Fallschaden Okay Ist egal Wenn ein Stern einer ist Dann wird er mir nicht angezeigt Wahrscheinlich Weil ich zu weit weg bin Ja kannst dich langsam fangen Danke Irgendwo vielleicht Ein Hintereingang Bei einem Turm Könnte ich mir vorstellen Äh ne 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 hier ist weiter nix Das ist jetzt aber doof Ich glaube ich spreche gleich gegen Irgendeine Wand Was sag ich Yay Ich hab meinen Tod abgewandt Okay Da dürfte also nix mehr sein Damit Machen wir in der nächsten Folge In irgendein Level hier weiter Ich weiß nicht in welchen Das ist das neunte Welches ist das vierte Ich weiß es nicht Das muss ich noch gucken Das werde ich gleich mal gucken Wir sehen uns auf jeden Fall Beim nächsten Mal Glück auf Euer Heid